Oh Gott, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, wir sind am schönen Samstag jetzt heute auf den Highlander Games in Wilhelmskirch und ihr seht, wir sind, oh, es sind verrückte lustige Spiele hier, wo da vorgeführt worden sind. Yo, super, das ist also fantastisch, was da alles geboten wird. Jetzt haben wir den Strohsackwurf und es ist eine tolle Stimmung hier, ihr seid ja die ganzen Recken, die da da sind, wir haben jetzt vorhin schon Fassrollen gehabt, also Whiskyfassrollen haben wir schon gehabt und es war dann auch schon Steinweitwurf, war schon da, da habt ihr ja schon Videos gesehen. Oh, jetzt kommt natürlich der Highlander mit Spezial, mit Spezial, mit Spezial, wie jedes Jahr, er ist der hiesige Bauhofleiter, aha, okay, von der Gemeinde, mit dem Bauhof, also der hat wahrscheinlich, oh, der ist schiefgegangen. Oh, klasse, das sind die Profis natürlich, das ist natürlich, vorteilhaft ist natürlich immer das, der schon ein paar Jahre mitgemacht hat, aber es sind immer jedes Jahr anscheinend andere Spiele, die gemacht waren. Ja, super, es ist einfach toll. Ja gut, wer seht, da drüben ist schon ein Passing aufgebaut, da wird es denen jetzt nachher noch nasse Spiele geben, das wird bestimmt noch spannend werden, da werden wir uns natürlich auch noch mit einem Video an euch zurückmelden. Und, ach, gucken wir uns die noch an, ah, der ist ja, der ist ja, der ist ja fast so groß wie der, wie der, äh, die Höhe, wo man umbauen muss. Ah ja, ganz locker, ja, das ist, das ist der größte Vorteil. Jo, beides lange, lange Recken, also, äh, haben die natürlich einen riesen Vorteil. So, ich verbleibe jetzt mal, äh, mit den besten Empfehlungen und eurem Bauschadensanalytiker Wilfried Borger bis zum nächsten Video hier von den, äh, von den, äh, von den Highlanderspiele, äh, in Wilhelmskirchen. Joa, beides lange, also, äh, von den, ümmelskirchen.